Herzlich willkommen im Online-Kurs Do-it-yourself und Making in der Schule. Grundlagen und Praxisbeispiele von der Grundschule bis zum Abitur. Dieser Kurs wurde im Auftrag des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung umgesetzt. Ich freue mich sehr, dass Sie sich für diese Thematik interessieren und Ihren Schülerinnen und Schülern mit praktischen und anschaulichen Beispielen einen Zugang zum Tüfteln und basteln bieten möchten. Mein Name ist Natascha Koch und ich bin Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzende des FabLab Lübeck e.V. Hierbei handelt es sich um eine offene Hightech-Werkstatt, die mit diversen Maschinen wie 3D-Drucker, Lasercutter und Co. ausgestattet ist. Im Verein gebe ich Grundlagen-Workshops zu unterschiedlichen Themen wie CAD-Konstruktion, 3D-Scannen und Grundlagen der Elektronik. Außerdem habe ich bereits Workshops mit Schulen durchgeführt. In diesem Kurs erhalten Sie einen anschaulichen Überblick, was Making eigentlich bedeutet, wie es in der Schule eingesetzt werden kann. Was erwartet Sie in diesem Angebot? In Kapitel 1 beginnen Sie mit dem grundlegenden Vokabular, einer Definition und der Geschichte von Making. Außerdem werden hilfreiche Kompetenzen und die Idee der Maker Education vorgestellt. Hier finden Sie auch ein Klossar und ein Quiz, womit Sie Ihr Vorwissen prüfen können. In Kapitel 2 finden Sie nützliche Hinweise zur Einrichtung eines Makerspaces. Diese behandeln sowohl die Auswahl einer passenden Ausstattung als auch die Potenziale, welche die unterschiedlichen technischen Hilfsmittel für den Unterricht bieten. An dieser Stelle sei gesagt, dass es bereits möglich ist, ganz ohne komplexe Maschinen, mit dem Einsatz einfacher Alltagsgegenstände loszulegen. Nachdem die ersten Starthönen genommen sind, gehen wir in Kapitel 3 in die Praxis. Wir stellen Ihnen ausgewählte Projekte und Unterrichtsmaterialien vor. In Kapitel 4, 5 und 6 erzählen Lehrkräfte unterschiedlicher Schulformen, welche Erfahrungen sie bereits mit dem Thema Making an der Schule gemacht haben und wie sie die ersten Stolpersteine überwinden konnten. In Kapitel 7 lernen Sie einen alternativen Weg kennen, um die vorgestellten Projekte ganz ohne eine eigene Ausstattung mit der Zusammenarbeit sogenannter offener Werkstätten zu realisieren. Zum Schluss erfahren Sie in Kapitel 8 Anlaufstellen und Zusammenschlüsse, die es bereits für Lehrkräfte gibt und welche zentrale Rolle frei verwendete Anleitungen und Materialien für einen offenen Wissensaustausch spielen. Am besten gehen Sie den Kurs von oben nach unten durch. Während die ersten Kapitel eine Einführung in das Thema Making bieten, werden Sie ab Kapitel 4 konkrete Praxisbeispiele kennenlernen. In fast jedem Kapitel finden Sie weitere Materialien und nützliche Links, womit Sie sich vertiefend mit dem Thema beschäftigen können. Außerdem erhalten Sie unter der Rubrik Reflektieren und ausprobieren Aufgabenstellungen für die Praxis. Dieser Kurs richtet sich an Lehrkräfte, die sich mit dem Thema Maker Education befassen möchten. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Die Quellen, die Sie in diesem Kurs finden, sind teilweise frei lizenziert und unter der Creative Commons Lizenz verfügbar. Bitte beachten Sie, dass bei einigen Quellen eine Namensnennung notwendig ist. Dies ist bei der jeweiligen Quelle im Moodle-Kurs vermerkt. Ich schätze, dass Sie diesen Kurs in vier Stunden einmal komplett anschauen können, falls Sie keine der Übungen und keine Vertiefung bearbeiten. Inklusive der zusätzlich empfohlenen Inhalte und mit einzelnen Vertiefungen sind 12 bis 15 Stunden realistisch. Los geht's!